Polarfuchs Das ist eine Brigademeisterschaft, eine kleine Skitour, die man geht. 400 Höhenmeter bzw. 450 mit Abfahrt. Das findet hier in Bischofswiesen am Göttschen statt. Die Offiziere nehmen teil, auch unser Brigadekommandeur, sowie sämtliche Zugführer, Gruppenführer, Feldbilddienstrat, also alles von Unteroffizier bis Oberst ist da dabei. Die Offiziere Ja, an die Grenzen steckt sich jeder selber. Ich persönlich bin ein bisschen über die Grenze gegangen, bin auch ein bisschen K.O. Das ist für mich auch das Ziel gewesen, immer alles zu geben. Für uns ist wichtig erstmal der Wettkampfgedanke natürlich, der Ansporn, gucken wo man selber steht. Und natürlich ist auch für die Kameradschaft wichtig, man trifft hier Kameraden, mit denen man mal auf Lehrgang war, verliert sich wieder aus Augen, sieht sich hier wieder als schön eigentlich. Sie sehen ja hier auch an den Startnummern, wer jetzt dann ins Ziel kommt. Ich habe ja keine Namen, aber Sie kennen die beiden.